ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben dann auch keine dabei Es könnte sein, dass ich hier mit dem Pferd mal war Ich erinnere mich düster, dass wir mit dem Pferd mal umgezogen sind Umhergezogen sind Und es könnte durchaus sein, dass deswegen hier Altes Gebiet ist Weil wir hier mit dem Pferd durchgekommen sind Um Pferde zu holen damals Aber die haben ja aus den neuen Gebieten holen wollen, oder? Sehe ich das falsch? Richtig? Ja, warum? Das sieht auch sehr geil aus mit der Färbung innen drin Ich bin mir da so gar nicht sicher Wo wir hier schon waren Baren ist auch eine sehr schöne Stadt Muss man sagen Der Zusammenhang war jetzt echt scheiße Aber ja, Baren ist ja eine schöne Stadt Auch da waren wir bereits Ich darf das Das gehört verboten Das gehört echt verboten Wir sind jetzt 2250 Meter Von zu Hause entfernt Das ist natürlich eine ganz schöne Strecke, Dude Und das Inventar ist schon halbvoll Zwar mit sinnlosen Krempel, aber halbvoll Auch da würde es in den Höhlen gehen Aber wir sind noch nicht in neuen Biomen Deswegen wird es sich nicht lohnen Wenn ich weiter so diese Reims Bringe Bringt man mir bald die Schlinge Wow, ich bin einfach so kreativ Es ist schon Nicht mehr feierlich Es wundert mich, dass dieses eine kleine Stück da drinnen Schon neue Biome waren Und mir bin ich da so seltsam von rumgelaufen Dass er dieses eine Stück noch übrig blieb Und das hat sich sofort gedacht Äh, Nebium Epische Schluchten Hunde Und ich hab nur ein Knochen Bitte funktioniere Ich hasse dich, Leben Ah, ist das behindert Was ist das da eigentlich? Oh, wie soll's Kann man den so mitnehmen? Der sieht nämlich echt geil aus Der Farm Da hinten sehe ich schon neue Welten Schon wieder Da müssen wir nochmal eine Truhe basteln Äh, nochmal eine Kiste basteln Hier Boot, die wir einfach verbrauchen Boot Ich hoffe, das sind jetzt neue Biome da hinten Ah, ja, ja Das sieht dann wie ein Biome aus Da ist nämlich hier Die zerschnittene Klüfte Die zerschnittene Klüfte Das sieht mir doch nach neuen Biomen aus Ich weiß nicht, woher ich dieses Fachkundige Wissen nehme Aber doch Oh Ich würde mich vielleicht das mal hochlassen Danke Gut Hier ist ein bisschen schwer drum rumzukommen Deswegen schwimme ich einfach mal hierher lang So Ey, ich ziehe das gar nicht an meinem Biome aus Schon wieder Wolfis Ach, Mann Oh, wie viele vor allem Oh Das ist ja fies Wo? Da Ist ja voll gemein hier, ey Keine Gnochen dabei Finde ich jetzt gar nicht nett Aber die würden wahrscheinlich eh nicht überleben Bei unserem Höllen-Trip, den wir jetzt antreten Also Von daher Ist es wohl besser, wenn wir die kleinen Wolfis hier lassen Oh, wie viele Alter, guck dir das an Das war das bestimmt schon ein Dutzend oder so Oh, es werden aber mehr Drücken wir auf Wolfis Ganz viele Wolfis Ja, meine Wüste Äh Äh X Ich Jetzt wusste ich nicht Jetzt Jetzt war ich vollkommen raus Und wusste nicht, welche Taste ich drücken muss So Wollen wir hier mal ein bisschen Lorchen Äh, Lorchen Alter, ich spiel zu viel The Forest Na gut Ähm Ich glaube auch nicht, dass das neue Ich bin mir nicht sicher Aber ich glaube fast nicht, dass das neue Biome sind Es erweckt zumindest nichts den Eindruck eines neuen Bioms Ach, komm, scheiß drauf Auf die Enderperte kann ich jetzt auch gerade Ähm Abpufen Das sind nur Spinnen Da hinten ist noch ein richtiger Endermann Das sind Hexen Sogar gleich zwei Hexen bin ich so interessiert dran, weil Die auch richtig krasse Tränke, die man sonst glaube ich gar nicht kriegt, äh geben können Unsichtbarkeitstränke und so ein Spaß Kann man glaube ich ja noch nicht craften Na Böse 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 Habe ich überhaupt Pfeile? Hab keine Pfeile Na, großes Kino Und im Hintergrund spielt das schwarze Auge Ich hab keine Pfeile Eieieiei Heute haben sie aber alle wieder viel Temperament Na, schieß doch mal richtig Was für den Creeper Ein bisschen mit dir herlocken Äh 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 Okay, sonst wird auch zu viele hier OOOOH Da hinten sehe ich Irgendwann einen Doof oder eine Pyramide Eins von beiden Ja, da kann ich mir die, äh Hexen leider nicht holen hier Sonst bin ich glaube ich tot Die läuft eh gleich an Rang Uh, weg hier Uh, eine schöne Vom Sand verstürmte Pyramie Da war ich schon drin Ich war hier schon drin Echt jetzt? Das waren hundertprozentig Spuren von mir gerade Diese Treppe nach unten Also ich hab noch nicht gesehen, dass Das Minecraft Treppen nach unten generiert LOL LOL Roffel XD Und auch die Charakterien sind ja gewachsen Das ist auch ein Anzeichen davon, dass man schon mal hier war Weil die Charakterien sind ja normalerweise immer auf Einer Niveau Und wachsen erst, sobald man es erst mal durchgelaufen ist Was Ist Das Für ein Hexenwerk Hier war ich doch schon mal Ja, wieso, wo bin Wieso bin ich hier Ich war doch schon mal hier Wieso weiß ich das nicht mehr Wieso weiß ich das nicht mehr Das ist das denn jetzt gewesen Boah Ich war schonmal hier und ich riech wie ein Tier, doch ich weiß nicht, wieso das... Äh, jetzt werd ich hier nochmal rein. Was ist denn nun passiert? Warum, warum war ich denn schonmal hier? Ich kann es dir nicht sagen, es würde mich sehr plagen. Da, 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 da... Da ist Eisen, aber ich bin immer noch nicht in einem Biom. Ich hab gesagt, wir gehen das in einem Biom. Neu Biom. Ich geh neu biom. Wollte ich schonmal sagen. Was ist das denn? Ah, Lava. Mr. Mr. Lava. Ich geh neu biom, gell? Ja, ja, ihr auch, ich geh neu biom. Wow, ist das ne... Alter, was... 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 Ist... Das... Was... ... 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